Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LancerFloor 2, Let's Play LancerFloor Gönnerdämmerung Und in der letzten Folge habe ich ganz klar bewiesen, dass ich keinen grünen Daumen habe. Aber ich habe jetzt festgestellt, beim Ausspringen, dass ich nur erst ab hier untergehe und jetzt somit auf diesem Pfad bin. Ich weiß nicht, wozu diese schwarze Flechte da ist. Ähm, brauchen wir den Katzenring unbedingt? Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir auch noch mal zu den Wilden. Ach, ich bin mir so unsicher, mit was du da rauslegen kannst, was nicht. Trinken einfach mal das, was wir aus dem Labor haben. Ey, komm, du machst das ja schon am Kanal ein Schläfchen, ne? Damit haben wir die Schnecke schon eingeschläfert. Ich denke mal, ich bin mir nicht wirklich nicht sicher, wozu man die schwarze Flechte braucht. Aber wir sammeln sie auf jeden Fall mal ein. Vielleicht können wir sie ja noch mal gebrauchen. Weiß ich ja nicht. So. Immer schön der Nase nach. Den Weg kennen wir ja eigentlich. Ich will ja jetzt an sich nur mal gucken, ob das wirklich nichts zu bedeuten hatte, das Teil, was wir da unten gesehen hatten. Da war ja dieser Durchgang. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der vielleicht irgendwas mit dem Turm zu tun hatte, den anderen, wo wir gewesen sind. Weil der fließt ja einmal in die hinterste Ecke, ne? So oder so, wir haben erstmal schwarze Flechte, ähm, jetzt mitbekommen. Also, wir sind ja schon mal belohnt worden jetzt für unsere Mühen, ne? Ich schätze es fast. Es sieht wirklich so aus. Naja, jetzt laufen wir durch. Man hätte ja auch das, äh, sich sparen können, indem man vorher nochmal auf die Karte guckt, aber naja. Ich wollte schwarze Flechte. Theoretisch, dann würden wir jetzt hier runtergehen, müssten wir doch, ähm, bei dem Turm wieder rauskommen, oder? Denk ich jetzt mal. Speichern das Ganze mal. Ja. Ach, hier kommst du gar nicht rein. Selbst mit Ducken kommst du hier gar nicht rein. Rup. Hier kommst du runter. Und es ist der Turm, ja. Naja, gut, dann sind wir halt wegen der schwarzen Flechte da runter. Jetzt haben wir auf jeden Fall, ähm, Moment, das war jetzt Turm 3, den wir befreit haben. Noch ein Turm, der uns fehlt. Und da laufen wir jetzt einfach mal hier hinter, weil ich ja weiß, dass wir hinten auch nochmal, ähm, direkt in die Stadt reinkommen. Hier liegt jetzt alles voll mit schwarzer Flechte. Da waren die vorher schon da. Dass ich die einfach übersehen habe. Aber hier haben wir nichts Besonderes liegen, ne? Außer diese Flechte da. Und ich denke mal, da haben wir jetzt mehr als genug mit aufgesammelt. Neun Stück müssen erstmal reichen. Selbst sollten wir die brauchen, haben wir sie jetzt eigentlich für meine Verhältnisse, oder was ich jetzt, äh, finde, in Hülle und Fülle. Ich sehe auch schon mal direkt, wenn wir dahinter laufen, haben wir hier auch an der Seite wieder einen neuen Raum. Einen neuen Rätselraum. Können wir ja gleich mal mit anschauen. Ja. Drüben auf beiden Seiten haben wir ein Silberblatt, aber da werden wir, da will ich diesmal definitiv nicht runterlaufen. Ich denke nicht, dass alle Räume gleich aufgebaut sind. Da hinten haben wir sogar noch einen Rätselraum. Der und seine Verwandlung. Hier haben wir dieses, dieses, ähm, ja, dieses Dreieck oder dieses, ja, die Figur, die wir da in der Luft hängen haben. Aber selbst mit Abschießen bewirkt es rein gar nichts. Was ist hier? Geheimer Gang? Oh. Komm, das sieht ja aus als, ah. Wollte schon sagen, das sah ja schon aus wie ein Geheimraum. Nee. Den Museumstein. Na gut, dass wir den aufgehoben haben, ja. So über lange Zeit aufgehoben haben. Den hab ich ja nie rausgelegt. Ich will selber nicht, warum. Nehmen das mal. Es war ne Falle. Bin jetzt selber verblüfft, dass ich den Stein zu lange aufgehoben hab. Heldenstein, aber haben wir eigentlich mehr als genug von. Ich will jetzt hier nicht alles zerschlagen. Teer-Kristalle können wir mal mitnehmen. Davon kann man ja nie genug haben. Ja, auch nochmal ein Teer-Kristall. Ah, jetzt gehen wir zu früh raus. So, und was haben wir hier Schönes? Ja, das ist dieser Fisch. Äh, ne, der kann drinnen bleiben. Der stinkt mir zu sehr, den will ich nicht. Was ist das? Ah, ein berühmter Gorgonit-Proppen. Und Regenbogensulfat. Regenbogensulfat haben wir ja gelernt. Davon ist jetzt der ganze Raum runtergegangen diesmal. Ähm, da haben wir ja gelernt. Beides zusammen kombiniert. Macht uns eigentlich unsterblich. Ich würde jetzt diesen Stein hier einfach mal stehen, äh, dort drinnen lassen, ne. Weil wir sind so voll. Warum wir jetzt hier allerdings nicht durchkommen, trotz dass wir in jedem Raum einmal drinnen waren, ist für mich eigentlich ein Rätsel. Ja, sowieso Rätsel. Höh. Aber ich finde, der Raum, der möchte gern Raum, das Museumsteil oder wie auch immer, ist erledigt. Was haben wir hier? Wieder eine Wand, die hoch geht. Wunderbar. Und hier kommen wir auf der anderen Seite. Ist ja auch spitze. Das ist mir definitiv zu heikel gerade. Da weiß ich überhaupt nicht weiter. Und hier scheint der letzte Turm zu sein, ne. Der letzte Turmraum. Speichen wir mal ab. Stadt Neu Neun. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich denke mal, dafür sind die Steine, die wir, ähm, bekommen haben. Ja, hat sich verwandelt. Ich lade das Ganze nochmal neu. Ich denke mal, dafür sind die Steine, die wir hier bekommen haben. Das wird ja wohl einen Grund gehabt haben. Aber wenn auf jeder Seite zwei sind, haben wir definitiv mit drei zu wenig. Das heißt, es muss noch einen Raum geben, den wir noch nicht entdeckt haben. So, dann benutzen wir das mal gleich. Welchen Raum habe ich noch nicht? Den da oben? Und welchen noch? Irgendeinen Raum muss doch geben, den ich übersehen habe. Und ich denke mal, der muss hier in der Nähe sein. Was ist denn hier mit dem hier? Das hier mit den Ohren. Ich denke mal, es wäre eigentlich jetzt... Naja, also es kann eigentlich nur der oder der andere Raum hinten sein. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Weil wenn wir jetzt mal zurückdenken, auf den Weg hierher, haben wir bis jetzt, außer das Rätsel hier mit diesem fliegenden Stein, eigentlich keinen weiteren Rätselraum gefunden. Und ich denke mal, der, da der jetzt näher liegt, könnte eventuell eher dieser Steinraum sein. Entweder ist es, oder wir müssen weiter hinter. Na, zu dem anderen Raum. Den wir noch nicht erkundet haben. Aha, ja, das scheint so ein Rätselraum zu sein. Gut, speichern wir mal auf jeden Fall ab. Stadt 9. Gut. Sparen wir uns mal direkt Zeit. Und verwandeln uns wieder in den Riesen. Och, Mann, oh. Ja, damit können wir logischerweise nicht anfangen hier. Machen das Ganze jetzt mal so schnell an. Vorhin und die Verwandlung. Aber ich muss sagen, hier ist es wirklich extrem, ne? Mhm. Sehr gut. Speichern das Ganze ab. Da ist der Raum, wo es raus geht. Ja, zurück, 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 zurück. Ich sehe gar nichts. Überhaupt nichts. Okay. War noch im Sinne des Möglichen. Sehr gut. Abgespeichert. Und jetzt geht es in den letzten Raum. Der will sich schon wieder verwandeln. Ach, Mann, Mann, Mann. Also in der Stadt der Ahnen ist es wirklich extrem schlimm. So, ich glaube, hier muss ich jetzt keine, ähm, Markierung machen, dass wir den Raum erledigt haben. Weil wir ja schon dieses Beispiel haben, dass es ja wirklich nur vier Steine sind. Na, also vier von diesen Brocken da, also vier Steine, vier Räume, vier Rätselräume. Müsste das ja jetzt eigentlich auch komplett alles erledigt sein. Nehme ich jetzt mal an. Wenn nicht, haben wir uns das ja gemerkt. Da kommt es ja sowieso nicht wieder rein. Gut, wir fügen jetzt alles ein. Können wir das schon zerstören? Ne. Können wir das jetzt zerstören? Ne. Na gut. Also wir sollen alle Steine verwenden. Komme, was wolle. Du verwandelst dich nicht. Rausnehmen kannst du auch nicht. Ah, es geht einzig allein um diesen Feuerteil. Was ja den Turm öffnet. Nächster Sturmkristall. Und reingeschossen das Teil. Zurück. So. Wir speichern das Ganze. Jawohl. Und gucken uns das jetzt mal ganz genau an. Ja, da scheint auf jeden Fall was zu passieren. Also du scheinst ja jetzt bei jedem Teil quasi so ein Rubin zu haben. Der immer weiter diesen Turm rausjagt. So, einmal hier lang. Nächster. Jawohl. Mir stellt sich bloß die Frage, wenn das jetzt so ein riesen Gebäude ist. Können wir dann hier irgendwo rein? Ist es... Gibt es da hier einen Eingang? Ey, komm. Jetzt reicht es aber. Nichts passiert. Also beim letzten ist jetzt gar nichts passiert. Wir speichern das Ganze mal ab. Aber wisst ihr was? Was mir wieder einfällt? Wir gucken erst mal, ob... Ich würde gerne mal gucken, ob hier dieser Eingang ist. Mir ist da gerade was in den Sinn gekommen. Das sieht nämlich stark aus wie ein Dach. Wie du dir so ein Dach von so einem Turm vorstellst. Und wir hatten unten in der Mitte zentral im Stadtkern auch so eine Fläche. Wir gucken uns das gleich mal auf der Karte an. Da. Und da ist auch nochmal das Symbol. Das heißt, es muss im Stadtkern drin sein. Gehe ich jetzt mal stark von aus, dass im Stadtkern drinne dieser Eingang ist und wir oben einfach bloß das Dach haben. Oben an der Spitze der Türme, logischerweise, ne? Wir haben oben einfach bloß das Dach von dem ganzen Gebäude, von dem ganzen Turm. Sieht eher aus wie so ein Magieturm, ne? Laufen jetzt erstmal in die Stadtmitte. Hm. Seht ihr? Vor allem hier siehst du diesen, äh, hier ist es eigentlich gar nicht so hoch, finde ich jetzt, ne? Aber da oben das Dach und hier der Eingang. So. Ich habe dich erwartet. Belial, ihr macht wirklich große Fortschritte. Warum bekämpfen wir uns? Und ich mache aus dir einen König. Belial war zu seinen Verbündeten schon immer sehr großzügig. Und du kannst Belial nicht töten, indem du diesen Körper vernichtest. Wenn du wirklich Belial bist, warum kann ich dich jetzt nicht einfach töten? Die anderen beiden Belials habe ich auch erledigt. Auch ich bin nur eine unfertige Version von ihm. Belial kann seine Geburt nicht ohne die Macht in dir vollenden. Wollen wir nun Freunde sein oder soll ich sie dir aus dem Leib reißen? Da gibt es leider ein Problem. Ich vertraue dir nicht. Dann wird dein Leben nur noch kurz sein. Belial, wir zurückkehren. Würde er das doch endlich tun. Seine Helfershelfer fangen an, mich zu langweilen. Oh, toll. Ich habe mich gerade verwandelt und konnte es nicht verhindern. Ich hoffe natürlich, jetzt schaffe ich Belial. Nimm mal einen neuen Lebensring mit. Also das war mal wirklich ein Bug der Extraklasse. Du konntest nicht verhindern, dass die Verwandlung stattfindet. Und jetzt sind wir der Riese, der halt weniger Schaden macht. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Zwar mit dem Einbußen eines Ringes, aber es wurde geschafft. Und ihr seht, der Lebensring geht sogar weg. Also ist doch nicht verkehrt, dass wir die gleich mal gestackt haben. So, was ist hier jetzt aufgegangen? Steinkugel auf jeden Fall. Hier scheint erstmal in dem Sinne nichts zu sein. Und was haben wir hier? Dann wollen wir mal. Teleport oder was? Ach, wir haben jetzt die Macht der Ahnen quasi. Die volle Macht, um Belial entgegenzutreten. Na wunderbar. Den machen wir platt. Aber ansonsten wären wir ja hier in dem Sinne nichts weiter haben. Gut. Na gut, dann verlassen wir erstmal den Raum. Sehr gut. Wir haben jetzt einen weiteren Verwandlungspunkt und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, in der nächsten Folge. Seid auf jeden Fall dabei und ich sage schon mal bis dahin. Euer Party und Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.